Aber ich habe etwas gegen Globalisierung, wenn es um Nahrungsmittel geht. Es ist nicht notwendig, Nahrungsmittel durch die halbe Welt zu kann. Und es ist nicht notwendig, dass wir Lebendtiere in Europa über lange Strecken transportieren, damit sie dann hier in Österreich geschlachtet werden und dann dieses Fleisch als Fleisch aus Österreich verkauft werden kann. Und genau darauf müssen wir achten. Und ich bin fest davon überzeugt, dass viele Menschen bereit werden, sich beim Einkaufsverhalten darauf einzustellen, wenn sie wissen würden, wie lange die Transportwege für gewisse Produkte sind. Das heißt, wir brauchen eine Kennzeichnung auch für jene Produkte, die sehr lange Transportwege zurücklegen. Und Lebendtiertransporte über längere Strecken müssen überhaupt verboten werden. Das Tierleid ist groß und man fördert, indem man diese Agrarkonzerne mit der Massentierhaltung unterstützt, eben den Ausbruch von solchen Pandemien. Aber nicht nur das. Es werden auch Antibiotika in diesen Massentierzuchtbetrieben in hohem Ausmaß eingesetzt. Wir essen diese Produkte und dadurch entsteht auch das Problem, dass gewisse Antibiotika einfach nicht mehr greifen. Wir haben in Österreich etwa 4.000 Tote pro Jahr durch Krankenhauskeime. Das ist nicht nichts, das ist sehr, sehr viel. Auch wenn Sie vergleichen jetzt mit den aktuellen Zahlen, die wir durch Corona zu beklagen haben. Und dieses Problem wird immer größer. Und ich bin fest davon überzeugt, dass der massive Einsatz von Antibiotika in der Massentierhaltung auch einen Beitrag dazu leistet, dass wir es nicht nur mit neuen Pandemien auf Basis von Viren zu tun haben werden, sondern dass auch die bakteriellen Probleme, die wir haben, auch immer größer werden. Und das ist nicht nur mit neuen Pandemien, die wir haben, auch immer größer werden.